Hallo! Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mal nicht aus der Küche, warum erkläre ich gleich genauer, aber erstmal wollte ich erzählen, also ich sitze jetzt hier gemütlich in meinem Wohnzimmer und erzähle euch ein bisschen was, dass es in dieser Folge um eine der Rubriken geht, die ich so am Anfang des Podcasts mir ausgedacht habe, obwohl das jetzt schon eine der späteren Rubriken ist, nämlich die Phantomspeise. Ich erzähle einmal kurz darum, was es geht, um was es geht. Und Essen ist ja ein Thema, das unser Leben in allen möglichen Facetten durchdringt, so eben auch alle möglichen Geschichten. Und da gibt es hier und da eben auch Gerichte oder Essen oder Lebensmittel oder Zutaten, die besonders hervorstechen, einmal weil sie eine sehr besondere Bedeutung haben für die Geschichte oder weil sie eben erdacht sind und fantastisch sind. Und da hatte ich mir mal überlegt, diese Rubrik zu eröffnen, in der ich dann versuche, bei den fantastischen Gerichten natürlich sie mit verfügbaren Lebensmitteln nachzustellen und bei den anderen Gerichten dann irgendwie ein bisschen auf den Hintergrund zu schauen. Und heute, wenn ihr den Titel gelesen habt, wisst ihr es schon, geht es um Spam. Das ist ein Lebensmittel aus Großbritannien, das es schon sehr lange gibt. Spam ist in etwa vergleichbar mit, wenn ihr das kennt, Mett in Dosen, dieses eingekochte Mett, was man dann auch zum Abendbrot oder zum, wer es mag, auch zum Frühstück isst. Und Spam ist ganz ähnliches, also Schweinefleisch, gewürztes Schweinefleisch, denn der Name Spam ist wohl so eine Verschmelzung der Worte Spiced Ham und daraus ist eben dieser besagte Markenname entstanden. Mittlerweile ist Spam ja bekannt, dass für E-Mails, die man nicht haben wollte und nicht bestellt hat und die meistens irgendwelche dubiosen Inhalte haben und dann des Weiteren oft dazu dienen sollen, das den Computer zu infizieren mit Computerviren oder anderem ärgerlichen Blödsinn. Zum Beispiel einen zu überzeugen, dass man Geld auf irgendein ausländisches Konto überweist, in der Hoffnung, dass sich daraus irgendetwas Positives für einen selbst ergibt. Darauf wollte ich jetzt aber nicht so großartig eingehen, sondern auf einen Sketch, den eine sehr, sehr bekannte Komiker-Truppe, nämlich Monty Python, ist ja im Prinzip schon legendär und die meisten von euch, die das hier hören, kennen es wahrscheinlich eh, die Jüngeren, die da jetzt vielleicht noch nicht drauf gestoßen sind, war so in den 60er, 70er Jahren sehr, sehr bekannt. Eine britische Comedy-Serie, Monty Python's Flying Circus und war halt eine Show mit Sketchen überwiegend und sehr, sehr groteskem Humor. Und da gibt es eben einen besagten Sketch, der spielt in einem Imbiss, wo der am Anfang des Sketches schon von einer Truppe Wikingern besetzt ist. Also es ist ein britischer Imbiss, also das normalste von der Welt. Und dann schweben zwei weitere Akteure von der Decke ein, wie Kulissen praktisch, werden sie so an Drähten heruntergelassen und sitzen dann auf dem Stuhl. Und im Grunde besteht der Sketch daraus, dass sie etwas zum Frühstück bestellen wollen, fragen, was es gibt. Und dann zählt ein weiterer, der aus der Truppe, ich glaube es ist Terry Jones, dann die Speisekarte auf, in die sich dann zunehmend eine Zutat immer weiter hineinschleicht, nämlich Spam. Also es wird, es kommt dann immer mehr Spam drin vor. Und übrigens der, der Terry Jones als, spielt eine Frauenrolle, das war sehr typisch für Monty Python, dass eben sogenannte Pepper Pot Ladies, so hieß es wohl in den, in den Skripten, dann auch die Rollen von Frauen gespielt haben. Einfach, ja, war schon immer witzig und wird wahrscheinlich auch immer witzig bleiben. Männer in Frauenkostümen mit verstellten Stimmen. Und angeblich soll ja zu Zeiten von Shakespeare sogar das schon üblich gewesen sein, also dann auch in einem durchaus ernsten Zusammenhang, dass auch die Frauenrollen von etwas femininer vielleicht gebauten und strukturierten Männern gespielt wurden. Also von daher ist es jetzt auch nicht ganz so, ja, ungewöhnlich für die britische Kultur. Auf jeden Fall, ich kann ja mal kurz ein bisschen aufzählen, also es fängt ganz harmlos an mit Egg and Bacon und Egg Sausage and Bacon, also so typische Bestandteile eines britischen Frühstücks und dann geht es los. Egg and Spam, Egg Bacon and Spam, Egg Bacon Sausage and Spam, Spam Bacon and Spam, Spam Egg Spam, Spam Bacon and Spam, Spam Sausage, Spam Spam, Spam Bacon, Spam Tomato and Spam. Und dann geht es so weiter, die Wikinger fangen dann an zu singen, die singen ein großes Loblied auf Spam, das eben auch sehr bekannt geworden ist. Naja, und dann entbrennt ein Streit, weil die Frau, die Gästin mag kein Spam und versucht dann verzweifelt ein Frühstück für sich zu bestellen, in dem kein Spam drin ist. Und naja, jetzt zu meiner Idee. Das habe ich jetzt in den vergangenen Tagen schon gemacht, weil ich ja nun auch die Dinge immer, das wisst ihr, aufesse. Ich koche ja nicht, um die Sachen nachher wegzuschmeißen. Und ich habe mir einfach vorgenommen, aus dieser Speisekarte halt ein paar dieser Spam-Gerichte zu kochen. Die Herausforderung, die ich mir da noch gestellt habe, war es, möglichst unterschiedlich zuzubereiten, sowohl die Eier, es ist ja sehr viel mit Eiern, als auch das Spam unterschiedlichen Zubereitungsarten zu unterwerfen. Ich hatte tatsächlich auch die Original-Zutat Spam da, wenn ihr das nachmachen wollt und nicht wie ich jetzt einen Bruder in England habt, der euch dann mal freundlicherweise zwei Dosen mitbringen kann. Wie gesagt, ich habe es ja anfangs schon gesagt, dieses eingekochte Mett kommt dem schon ziemlich nah, sowohl geschmacklich als auch von der Konsistenz. Bei dem Dosen-Mett bei uns ist ja meistens noch so ein bisschen Aspik obendrauf und meistens vom Einkochen eben auch noch so ein bisschen Schweineschmalz, was sich dann aus dem Fleisch so rauskocht. Das ist bei dem Spam nicht, das ist so wie das Corned Beef, was ja auch sehr bekannt ist, zu einer gleichförmigen Masse zerwolft und hat also keine Schicht obendrauf. Das ist so der einzige Unterschied, aber vom Geschmack her ist es eigentlich vergleichbar, wenn ihr da jetzt was ausprobieren wollt davon. Aber kommen wir mal zu dem Essen, das ich für diese Folge zubereitet habe. Das war jetzt kulinarisch und handwerklich jetzt keine große Herausforderung. Es besteht ja viel aus Speck, Ei und eben dem Spam und einigen anderen Zutaten. Vielleicht fangen wir mal mit dem ersten an. Das erste war Egg und Spam. Da habe ich das Spam einfach mal kalt. Dünn geschnitten in dünne Scheiben und dann auf Toast gelegt. Dazu gab es ein gekochtes Ei und es war auch ganz lecker so. Also dieses Spam kann man also wie Aufschnitt essen und ist dann eben wie so eine Art Sülze, Schweinesülze oder so. Auch vom Geschmack her. Kann man machen. So und dann habe ich als nächstes Egg, Bacon, Sausage und Spam gemacht. Und da habe ich Rührei gemacht und zu dem Bacon kann man vielleicht noch sagen, dass, da gibt es einen Trick, wie man den besonders schön zubereiten kann. Es ist jetzt nicht leichter, aber wer schon mal so diesen dünn geschnittenen Frühstücksspeck gebraten hat, kennt das sicher, dass der sich so kräuselt beim Braten. Das sehe ich jetzt auch nicht so als Riesenproblem. Aber wer es jetzt besonders glatt haben möchte, zum Beispiel wenn man jetzt irgendein Essen, ein schönes Frühstück damit garnieren möchte, dann gibt es einen Trick. Da lege ich nämlich dann die Speckscheiben so in die Pfanne. Am besten noch in die kalte Pfanne. Ist dann natürlich sinnvoll, wenn es eine beschichtete ist in irgendeiner Form. Und dann lege ich ein entsprechend großes Stück Backpapier darauf und eine, in meinem Fall jetzt eine runde Auflaufform, die gut in die Pfanne reinpasst und das Ganze dann eben von oben beschwert. Die Form muss natürlich dann feuerfest sein, eine Auflaufform ist das in der Regel. Und wenn ihr jetzt nur eine dünnere, leichtere Sache habt, könnte man die jetzt auch noch mit einer Konservendose oder irgendwas anderem beschweren. Irgendetwas, was die Hitze dann vom Braten aushält und die Speckscheiben eben kontinuierlich runterdrückt. Das Schöne ist dann eben zum einen, dass der Speck durchgängig kross wird. Wenn er sich so beim Braten kräuselt, dann gibt es ja immer zwischendurch Stücke, die eben nicht gebraten sind. Was natürlich auch mal ganz schön ist, wenn man so verschiedene Konsistenzen hat. Aber wie gesagt, wenn man es jetzt wirklich knusprig haben möchte und glatt, dann ist das das Mittel der Wahl. Die andere Sache ist, ihr müsst den Speck dann wirklich nur auf einer Seite braten. Weil durch das Backpapier und die eingefangene Hitze da gart das wirklich auf beiden Seiten gleichzeitig. Tritt ja dann beim Braten auch Fett aus und im Prinzip brät es dann im eigenen Fett schon auf einer Seite komplett durch. Also auf beiden Seiten komplett durch, wenn es auf der einen Seite liegt. Das Span habe ich in dem Fall paniert. Das habe ich irgendwo auch mal gesehen. Das gibt es wohl auch häufig in den englischen Schulküchen. So als Mittagessen, dann mit Kartoffelbrei. Fand ich jetzt auch ganz lecker. Auch wieder eine Sache, die ich jetzt nicht regelmäßig essen müsste. Aber es ist natürlich, panierte Sachen schmecken sowieso natürlich immer toll. Durch dieses krosse, goldene und diesen Geschmack eben von dem gebratenen Paniermehl. Und von daher, ja, funktioniert das auch mit Spam ganz gut. Zu den Würstchen müsste man noch sagen, dass die Briten da eine ganz eigene Rezeptur haben. Soweit ich weiß, enthalten die Würstchen, die die Engländer zum Frühstück essen, auch Getreide. Das habe ich jetzt hier in der Form so nicht bekommen. Wenn ihr das nachbilden wollt, dann würde ich einfach empfehlen, dass ihr eine grobe Bratwurst nehmt. Und ich fand das jetzt, das hat jetzt ganz gut auch gepasst so. Und so insgesamt ist es natürlich dann ein sehr fleischlastiges Gericht. Könnte ich jetzt auch nicht jeden Morgen essen, aber vielleicht zum Wochenende mal zum Sonntag. So als pompöses Gericht wäre das sicher ganz, ganz gut. Also mir hat es geschmeckt, aber wie gesagt, man ist dann natürlich auch nachher ganz schön satt. Und dann habe ich noch ein weiteres Gericht ausprobiert, nämlich Spam, 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 Baked Beans and Spam. Ich habe jetzt nicht alle Spams aufgezählt. Es sind insgesamt neun Spams in dem Gericht. Und da entstand natürlich die Idee, mal so ein dickeres Stück in Würfelchen zu schneiden. Ich weiß nicht, ob es jetzt neun Stück waren, um dem besonders gerecht zu werden. Ich wollte aber auch noch probieren, wie gekochtes Spam schmeckt. Und da es natürlich auch viel Fett enthält und so eine Art Sülze ist, wird das beim Erwärmen natürlich relativ weich. Auch der Geschmack kommt durch die Wärme natürlich immer nochmal intensiver raus. Und es passte ganz gut zu den Baked Beans. Also Baked Beans kann man ja auch bei uns in der Dose kaufen. Ist eine Sache, die im Prinzip so fertig ist, die man nur warm machen muss. Und dann habe ich eben, als es heiß war, noch für eine halbe Minute bis eine Minute dieses Spam-Würfelchen reingegeben. Und ja, das konnte man gut essen. Man nimmt sich eine Scheibe Toast dazu und dann geht das schon. Vor allen Dingen ein sehr nahrhaftes und gesundes Essen. Man soll ja sowieso so viel Hülsenfrüchte essen wie möglich, weil sie sehr wertvolle Proteine enthalten. Und sekundäre Pflanzenstoffe und was weiß ich. Also, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt alle aufgezählt? Ich habe einmal noch Spiegelei gemacht und dann eine Scheibe Spam gebraten dazu. Das war auch ganz gut. Also das gebratene Spam war jetzt nicht mein Top-Favorit. Aber ja, wie gesagt, genau wie bei dem panierten und dem gekochten Spam ist der Geschmack nochmal intensiver. Und ja, das lässt sich durchaus auch leicht anbräuen. Könnte also auch mal ausprobieren. Und Fazit wäre jetzt, was war mein Favorit? Ich glaube, das panierte Spam mit den Würstchen und dem Speck und dem Rührei. Das war, glaube ich, das Coolste. War jetzt vom Aufwand her auch mit den meisten unterschiedlichen Sachen. Und ja, aber das lohnt sich durchaus. Erwähnenswert jetzt zu dem Sketch sei vielleicht noch, es gab noch ein Gag. Ich weiß nicht, Spoiler ist bei einem 46 Jahre alten Sketch, glaube ich. Spoiler Alert ist da, glaube ich, nicht mehr notwendig. Als Gag wurde noch auf der Speisekarte aufgeführt. Ein Lobster Termidor Akrevet with a morning sauce served in a provincial manner with shallots and aubergines garnished with truffle putty, brandy and with a fried egg on top and Spam. Okay, ich habe nicht mal mit dem Gedanken gespielt, das zuzubereiten, weil Hummer ist natürlich eine sehr kostspielige Zutat. Kostet meist schon so 50 Euro oder so. Wird dann meist auch lebend verkauft. Ich glaube, das würde ich zwar hinkriegen, so einen Hummer zu kochen, moralisch, seelisch so. Aber es ist halt, ja, für den Gag ist es halt auch einfach eine Menge Geld. Und ich bin jetzt auch nicht so der Hummer-Fan, dass ich das jetzt dann sozusagen auch zum eigenen Genuss dann einfach für den Spaß mal mache. Die Zubereitungsart ist eine klassische Zubereitungsart, wo das Hummer-Fleisch fein gewürfelt wird und dann nochmal überbacken. Morning sauce ist auch eine klassische französische Soße, ähnlich einer Béchamel-Soße, also auch mit einer Mehlschwitze und Muskat. Dann wird aber noch geriebener Hartkäse reingegeben. Das ist so das Spezielle daran. Ja, und dann mit Schalotten, Auberginen und Trüffel-Pâté, Brandy. Naja, und dann, um das Ganze nochmal ein bisschen runterzuziehen, das ist ja die Pointe, ist am Ende auch Spam dabei. Ja, das habe ich jetzt nicht zubereitet, wie gesagt, vielleicht ein andermal. Und wie gesagt, schaut euch den Sketch an. Ich finde, das ist auch einfach zeitloser, schöner Blödsinn. Und das war es auch schon. Esst Frühstück, Frühstück ist eine wichtige Mahlzeit. Ich selber halte mich da selten genug dran. Manchmal stürmt man ja auch so aus dem Haus und stellt dann irgendwie am späten Vormittag fest, dass man ganz schön Hunger hat und schaufelt sich dann irgendeinen Mist rein. Also isst mal schön, schön Frühstück mit einem Ei und vielleicht auch mit einer Scheibe Spam. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Kochen, Ausprobieren und Nachmachen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du. Euer Kai, Daniel, du.